Liebe Fans, liebe Freunde, liebe Supporter, wir haben eine Nachricht für euch, die wir euch diesmal per Videobotschaft mitteilen wollten. Wir haben uns für eine andere Single aus dem Album Toys entschieden als erste Single. My Obsession ist leider schon im Internet gelandet, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, und hat sich überall verbreitet. Und viele Leute wissen leider nicht, was es bedeutet, wenn man Songs illegal im Internet runterlädt. Wir haben viel Arbeit, viel Energie in das Album gesteckt und wollen das Risiko nicht eingehen, weswegen wir uns für eine andere Single entschieden haben. Der Song, der nun die erste Single aus Toys sein wird, heißt I Came To Party und ist eine Kollaboration mit Space Cowboy. Wir haben ihn während der Lady Gaga Tour kennengelernt und haben in den sechs Wochen in den Start mit ihm einen Song gearbeitet. Nur verschiebt sich dadurch leider auch das Album Release, da wir ein neues Video drehen müssen und einige Dinge neu planen müssen. Tut uns sehr leid, wenn ihr enttäuscht seid, aber wir haben ein kleines großes Pflaster für euch. Wir werden ein Song aus Toys ab dem 18.05. bereits auf unserer Homepage kostenlos als Download anbieten. Geht einfach an diesen Tag auf cinema-bizarre.de. I Came To Party wird Anfang August erscheinen und das Album Toys Mitte August. Tut uns leid, wenn ihr verwirrt seid. Leider ist das heutzutage mit dem Internet so. Es passieren oft Dinge, die man nicht gerne hätte. Bleibt bizarre. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann.